servus und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem channel vielen lieben dank dass du wieder eingeschaltet hast freut mich sehr kurz zur info wenn du dir schon das video gönnst lass auch liebend gern ein abo da und vergesst nicht die abo klack zu abonnieren kleinen support an mich würde mich echt freuen ja heute gibt es mal wieder so einen kurzen tag beziehungsweise ich habe mir gedanken darüber gemacht was ich jetzt möchte will ich mehr ins sport fitness ernährung rein schlittern dass ich nur von den themen mache oder gehe ich mehr so tiefgründige spirituelle rein weil ich muss ehrlich sagen das ist fasziniert mich wirklich sehr und da wollte ich eure meinung darüber hören wie es findet wenn ich mal so ein tag auch halte ein bisschen über spirituell über leben über motivation genau gibt es mal eure meinung das wäre sehr mega gut jedenfalls ich habe eine mega geile beleuchtung led beleuchtung jetzt erst gekauft ich kann kurz mal zeigen wenn ihr möchtet hier sieht doch mega aus funktion auch kann man über bluetooth steuern richtig nice jedenfalls kurz zeigen habe ich ja schon erwähnt ich wiederhole mich öfters egal ja schreibt auch lieben gerne rein ob sie mehr so talks hören möchtest möchtet weil ich finde es ist macht mir mega spaß das spontane einfach mal jeden tag wenn es geht einfach so ein spontan podcast kann man sagen ja genau was gibt es jetzt zu erzählen bin jetzt erst kurz vor amberg nach hause gekommen kurzer ausflug war interessant wieder wollte eigentlich schon in amberg ein video machen aber scheiß wetter regen wind war wenig kalt mit t-shirt ist schwierig und in regen ist auch nicht super wenn die kamera steht darum habe ich gedacht ich mache jetzt noch ein kurzes video wenn es kurz bleibt ich weiß es nicht kann so viel erzählen genau was habe ich gestern habe ich sogar online session gemacht also so in hypnose weil ich war ja vor kurzem auch auf einem online zoom hypnose sehr interessant und da habe ich eine aufzeichnung und den mache ich jetzt ab sofort jeden tag ist echt interessant sowie meditation oder bewusstes atmen genau und am donnerstag mache ich bei der breathwork session online auch mit habe ich bestimmt im vorherigen video schon erwähnt wird auch mega interessant wie sie wie sich das anfühlt und wenn ihr auch mal wollt ich würde auch mega gerne mal feiern mit einem gast wenn ihr mal ein gast sehen wollt schreibt auch gerne in die kommentare da findet sich schon was was ich machen möchte also podcast ist irgendwie mega geil sagt bei irgendwer das gefühl ich soll er machen ja genau das war's ich bedanke euch wieder fürs zusehen dieser kurzes video ich danke euch dass ich wieder eingeschaltet habe und ich wünsche euch eine schöne gute nacht es ist schon wieder 8 uhr und ciao bis bald sechs minuten das klang